Insgesamt 16.400 Euro sind durch Eintritts- und Sponsorengelder zusammengekommen. Für die Pianistin und dreifache Mutter Anna Scheps war das Benefizkonzert in der Würzburger Residenz ihr persönliches Dankeschön an die Kinderklinik am Mönchberg. Im Jahr 2007 habe ich ja selber ein Frühchen zur Welt gebracht. Meine Tochter hat es sehr eilig gehabt. Und die Klinik hat sich sehr liebevoll um meine Tochter gekümmert, wofür ich sehr, sehr viel Dankbarkeit empfinde, auch besonders den Schwestern und natürlich auch den Ärzten der Klinik gegenüber. Und habe einfach immer ein Gefühl gehabt, ich muss und möchte auch gerne was zurückgeben. Die Kinderklinik kann das Geld sehr gut gebrauchen, denn viele Projekte werden allein durch Spenden finanziert. Ein Teil des Erlöses wird deshalb an die Stillberatung und das Stillcafé der Klinik gehen. Der größte Teil wird aber in das sogenannte Harlekin-Projekt investiert. Da geht es darum, dass Frühgeborene und Risiko-Neugeborene, die von unserer Kinderklinik entlassen werden und noch Betreuung zu Hause brauchen, diese Betreuung durch die Schwestern unserer Intensivstation bekommen. Denn eine Früh- oder Risikogeburt ist immer eine belastende Situation. Deshalb ist auch die psychische Unterstützung der Eltern enorm wichtig. Das Harlekin-Projekt hilft ihnen dabei, den oft schwierigen Übergang vom Klinikaufenthalt in den Alltag zu meistern. Durch die Spende können jetzt viele Familien davon profitieren.